So, moin, mein lieben Vlogger. Ich bin gerade in Bangkok, wie ihr seht, und ich werde jetzt mal diese extrem scharfen Volcano Almans, das Mandeln, ich glaube ja, Mandeln probieren. Ich bin gespannt, wie scharf es ist. Es sind drei Flammen, das war das Schärfste, was es gab. Und in Thailand habe ich ja sehr, sehr scharf gegessen. Und ich bin gespannt, ob mich das jetzt wegknallt, oder ob es nicht so scharf ist, so wie in Deutschland, wenn da drei Flammen sind. Geruchstest, auch richtig wie Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt. Hier, sieht so aus. Oh, da ist sehr viel Pulver dran. Extremes Volcano. Ich bin gespannt. Erstmal eine. Oh, seht ihr das in dem Pulver? Das ist wirklich krass viel Pulver da dran. Es ist nicht scharf. Es ist sehr, sehr lecker. Es schmeckt sehr, sehr gut. Aber es ist auf den ersten Moment nicht scharf. Grüße gehen raus an die Gamescom, wo ich diese scharfen Umwelchen gehst. Ja, die sind ein bisschen scharf. Aber es sind sehr, sehr lecker. Also sehr lecker. Würde ich noch mal kaufen und essen. Sehr, sehr lecker. Aber jetzt nicht extrem scharf. Es sind ungefähr so scharf wie diese Takis, wo da steht extra scharf. So scharf ungefähr. Aber jetzt nicht besonders scharf. Aber zum Fehlen. Bis dann und abgeblockt. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.